Für Heizungsbau und Sanitär müssen echte Profis her. Das Traditionsunternehmen Melzel Heizungsbau und Sanitär mit Firmensitz in Pendling bei Regensburg führt mit 40-jähriger Erfahrung Arbeiten im klassischen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich fachmännisch aus. Außerdem hat sich die Firma auf die Montage von Solaranlagen, Wärmepumpen und Schwimmbadtechnik spezialisiert. Das hochmotivierte Kundendienstteam kümmert sich um Inbetriebnahmen sowie Wartungsarbeiten für Öl- und Gasanlagen. Zum erstklassigen Service gehört auch der Störungsnotdienst. Der Betrieb legt großen Wert darauf, seine Mitarbeiter selbst auszubilden, um aktuellstes Wissen und neueste Techniken übermitteln zu können. Neben Privatkunden wird dieses große technische Wissen auch der Industrie und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Zudem ist die Firma Melzel Mitglied des Fachverbandes SHK und der Handwerkskammer. Dies garantiert hohe Qualität, welche stets für Kundenzufriedenheit sorgt. Mehr auf www.melzel-gmbh.de ceksinat Corni 916 Kay�� 1018 Bedeativos 627 Gmbh.de